Bombs, da geht die Türe auf und herein im schnellen Lauf kommt das Monster angerannt. Jetzt aber schnell! Jetzt aber schnell! Ich weiß immer noch, wo du bist. Ich spiel immer noch hinter dir, Sepp. Dreh dich um! Nein! Du bist nicht da! Oh nein! Ich werde nicht gerade die Blattgranate auslegen! Helfe ich doch gerne! Das ist immer das gleiche! Nice! Ich bin ein Haus zu weit! Oh mein Gott, ich falle im Pool! Der Pool-Challenge ist gerade nicht, Sebastian! Aber ich bin auch neben Pool gefallen, also hätte ich keine Punkte gegeben. Passt du wieder rein? Oh, da liegt! Echt? Ich wusste das schon irgendwann klar! Guck mal, wie neugierig sie alle sind! Ja, ich bin sehr neugierig! Die müssen immer malen! Das soll Mexiko sein! Das sieht aus, als wäre die USA! Ich dachte, das ist die USA! Ich dachte, das ist die USA! Ich dachte, du zeigst auf die USA! Nein! Die USA! Und du zeigst auf Washington! Und das soll der Esel sein von den Demokraten! Was? Oh mein Gott! Ich hab wieder richtig... Oh mein Gott! Oh mein Gott, das muss ich gespeichern! Paul McCartney hat es komponiert. Eingespielt wurde das Lied während des Films, der Let It Be heißt. Wie heißt das Lied? Okay, komm! Dennis? Das heißt auch Let It Be! Ich hab mich nicht getraut zu drücken! Okay! Ich hab mich nicht getraut zu drücken! Ich dachte, wenn ich nicht so weit hinten gelegen hätte, hätte ich nicht gedrückt! Wenn ich mir dachte, okay, heißt der Song vielleicht nicht Let It Be so in der Film! Aber dann dachte ich, komm, der Song heißt doch verkackt nochmal Let It Be! Scheiße! Ich hab mich nicht getraut zu drücken! Ich dachte so, nee Sven, da lass ich mich nicht drauf ein, dass du dich dann bekecken kannst, wenn du die Folge guckst, dass der Duli danach der Let It Be nochmal sagt! Er hat die Flanke! Er hat die Flanke! Er hat die Flanke! Komm schon! Komm schon, Christian! Nimm es! Nimm es! Nimm es! Nimm es! Komm schon! Komm schon! Yes! 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 Ich bin wieder richtig... Ja, wobei, who knows? Ja, weiß ich nicht! Oder sieht man den Kampfheli einfach nicht auf dem Radar? Oh shit! Das hat ich nicht gesehen! Oh! Was? Peter! Oh, das wird knapp! Oh mein Gott! Du siehst den Kampfheli nicht auch gerade da! Ahhhh! 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 Scheiße! Und ich hab den abstürzen lassen so schnell! Ja, stimmt! Ja, guck mal! Dann ist das ja kein Wunder, dass er mich gekriegt hat! Das war aber auch im Move gerade, ey! Ja, aber das ist natürlich richtig schwer dann! Statt Ziellinie danach, Jay! Oh, selber verkackt! Ohohohoho! What the Ficky Mac Arsch, ey! Boah, lecko Arschi, ey! Was the Ficky Mac Arsch? Das war krass! Das war krass! Oh Gott! Happy News! Ne, danke! Ne, mit ner Arbe! Ne, danke! Ne, ne, ne! Ne, ne, ne! Ich hasse diese Musik, ey! Ich hab so viel Geld! Dann mach sie doch einfach leiser und hör auf zu meckern, alter! Ne, ich meckere jetzt jede Runde drüber, wenn die kommt! Das ist ja schlimm! Nein! Nice! Ich bin auch wieder bei 5! Sehr gut! Bei wie vielen Minuten sind wir mittlerweile? Zwölf! Was? Guck mal, letztes Mal waren wir uns gar nicht angestrengt! Ja, ohne Witz, was waren wir für Läppchen? Da war Jay auch dabei! Und ich glaub, wir wussten nicht, ob man Munition neu kaufen kann! Beziehungsweise wir hatten nicht so kosten Waffen, ne? Nicht, als wenn wir jetzt viel wüssten! A und O in Run in the Scheiße! Ja! Nein! Oh, komm, jetzt will ich gleich Bram machen! Oh! What the?! Scheiße! Höch! Höch! Jetzt hat er so Kochsalz-Lösung angeschlossen, kriegst du in die Nase! Oh mein Gott! Ich hab's direkt erkannt, aber ich hab's nicht Bram versus Jay genannt, sondern Jay Nice! Good Job! Ähm! Oh ja! Ich hab irgendwie das Gefühl, ich weiß, wo das immer hängen bleibt! Ja, aber er nicht! Oh, da! Dräußer! Oh, ne! Oh, ne! Oh, ne! Oh, ne! Ich bin so schlecht mit den Helis! Ich bin so schlecht mit den Helis! Essen, 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 essen! Oh, ne, das kann man nicht essen! Da haben wir noch nen Unterkörper vergessen! Das bringt mir ja dann nix! Äh! Oh, ne, da liegt schon Tode! Wir haben auch ganz die Fernsehere vergessen und so die Jungs! Ist er da jetzt wieder hier? Läuft er jetzt hier die ganze Zeit rum? Oh Gott, da ist er. Da war. Oh Gott. Oh Gott, das wär. Ich wollte ihn auskopen. Ui! Der ist auch in großem Boddy. Der ist 76 Leben hat er noch. Ah, easy. Guck mal, bumm. Ich wollte mal Spray gucken. 46 Leben hat er noch. Ich hab den 74 gemacht. Oh Mann, ey. Einer lügt. Ne, passt doch. Da noch zwei über. Ja. Einer lügt. Einer kann nicht rechnen. Mathe, Mann. Oh, die Ebene spielt jetzt, wenn er das. Ich hab einen Körper im Pool gemacht. Bin stolz auf dich. Gute Körper im Pool. Beim Klettern kann man nicht schießen. Das ist doch scheiße. Scheiße, ich hab... Auf Entfernung darf ich gar nicht probieren. Oh mein Gott. Hä? Ist dir noch jemand? Nee, ich hab keine Munde in die Idee. Nein, lassen wir doch mal die Messer auf. So unabgemessen. Das geht bestimmt. Also wenn wir das verkackt haben. Da hab ich mir noch richtig Mühe gegeben am Anfang. Da hab ich mir noch richtig Mühe gegeben. Aber da hab ich dagegen die Zeit zu schnell um. Wow. Richtig rot. Also wer hat denn da so ein bisschen so nebremes Gesicht? Der was der in der drückt doch hart. Und der hat sogar Bart. Und die Haare sind auch mit Scheißel und allem. Schwarzes T-Shirt. Ganz klar zu erkennen, dass ich dann bin. Muss ich wirklich sagen. Micke mal... Wieder Scheiße. Der Moderator stolpert gerade über das Streicherarrangement. Kommt hier der übliche Zungenbrecherabschnitt. Mein Opa sagte immer, wenn pralerische Piraten pikanten Piratenbraten braten, wird pikanter Piratenbraten von pralerischen Piraten gebraten. Alter. Während meine Oma stets entgegnetze. Immer, wenn die tüdelige Teetante den Tee in die Kaffeetüte getan hatte, tütete die Patente Nichte der Teetante den Tee von der Kaffeetüte in die Teetüte um. Verrückt, diese Oma. Hä, was hat denn der Clown mit dem Meer zu tun? Die Frage ist, Sepp ist so ein Dulli, was Biologie angeht. Ich glaub, der hat keine Ahnung, was ein Clownsfisch ist. Der weiß nicht, wie heißt der denn nochmal? Nemo. Was Nemo ist. Oh, nee! Oh, shit! Ich bin da wieder frisst tot. Ich bin so schlecht mit den Elis. Ich komm da gar nicht mit klar. Oh, Mann. Ich bin auch tot. Was? Ach, Peter! Komm! Okay, 50 Sekunden. Kann nicht schon zwei, Leute! Ich hab das schon versch... Scheiße, das ist nicht ganz die beste Taktik gegen den. Nein! Fuuuck! Aber es war nicht zum Fang. Na gut. Oh, Dieter, Junge. Alter, der Bus! Leute, ist das schon Ende? Ja, ist schon Ende. Alter, ich hab einfach mal zwei... Oh, leg mich doch am Säck hier! Jawohl, tot! Ich hab schon einen Bus auf mir! Oh, Gott! Alter! Ja, alle Rampe. Team-Map, ne klare... Hä? Da war doch früher voll die Kratz-Titel-Werfen, dann haben die da doch... Das ist eigentlich, wie gut ich auf den Bauch reden kann. Sehr gut, alle gehen Rampe. Ja, hat echt gut funktioniert, der Call. Kurz werden absolut gehört. Zwei Leute sind reingelaufen. Oh Gott, der fuck, der ist. Ja, okay. Fram, weißt du, auf mich kannst du vertrauen. Ich bin da ja... Ist halt echt so. Wenn wir ihn mal zu angucken, ist er ja doch gestorben. So, Jungs, da bin ich wieder! Okay, scheiße. Nee, das... Wow! Hu! Alter, das war knapp. Oh, Alter! Warte! Das war knapp. Das Ding ist ein halb Millimeter neben mir eingeschlagen. Holy shit. What the fuck, einfach nur. Warum sagt ihr denn nicht Bescheid, der Helio, oder fuck? Ja, ich hab doch gesagt, wow, what the fuck. Da kannst du daraus nicht lesen, was ich meine? So nicht. So nicht. Oh, da ist jemand unter mir. Okay. Oh Mann, Peter. Nee, da war ich am Kledern. Oh ja! Verrückt, diese Oma. Übrigens, es klapperten die Klapperschlangen bis... Bis was eigentlich? Es hat auch so ein Ding, also so ein Zungenbrecher. Klappernde Klapperschlangen? Was klappen die denn? Klappern, klappern, klapper, klapper. Hä, wat? Wie bis was klappern die? Bis wann klappern denn Klapperschlangen? Klapperschlangen klappern bis um zwölf. Keine Ahnung. Ja, hä? Okay, also... Ich weiß es nicht. Klapperschlangen klappern bis um... Nein, es ist ich gerade, wo ich gestorben bin. Wer war das? War es Christian? Verstehend. Shit. Wo ist denn Silvasti? Ich bin tot. Ich war so Christian, du bist dann angeschossen. Okay, Bram. Ich glaube, du hast das versuchten. Ich hab versucht, die Richtung zu tun. Ja, wir sind durch. Ich fand's von der Steuerung total geil. Also irgendwie mega smooth. Habt ihr mit Controller gespielt oder mit Maus und Tastatur? Ja, mit Controller. Aber ich glaube, ich würde Maus und Tastatur auch mal ausprobieren. An deiner Stelle würde ich rennen. Oh. An deiner Stelle würde ich rennen. Peter, lauf! Peter, lauf! Wo ist das Firework? Ich hab's versucht. Ach komm! Ich bin doch unsichtbar hier drin. Jetzt hab ich auch ne Zolls von Bram. Wow. Oh, direkt hier vorne ist einer. Ja! Ja! Gute Runde. Erst jetzt. Bram lebt einfach sick weiter. Ich bin schon wie dein Körper in den Pool. Okay, warum nicht? So. Komm, Regeneri, hinten mal eben leben. Scheiß Helis, ey. Ich bin tot. Ich bin aber auch nicht immer mit. Nein! Hat noch immer 5 Sterne? Oh, hat jemand 5 Sterne? Nee, ich hab 3. Okay. 22, 25, plus Drückgeschwindigkeit. Oh, Minus Drückgeschwindigkeit meine ich. Oh, da haben wir den Counter haben. Für Neid und Wasch. Mann, ey, das ist zum Kotzen, Mann. Nein, der hat zum Kotzen, Mann. Ich komm nicht. Nein, nein, ich bin ein Superheld, ey. Slides. Du Wichser. Du Wichser. Dann mach ich dich halt, okay. Du Wichser, ey. Du Wichser, du Wichser, du Wichser. Nein! Andi hat erkannt, Pete amputiert Pärbel und steht. Was? Ja, da war ich ja wohl Blut auf dem Boden. Okay. Ist das dumm. Und Sebastian. Oh mein Gott. Ja, gefällt mir. Und das führt aus, Peter im Oscar-Kostüm, der weh, du sei. Ja. Gefällt mir. Saik, Ton und Schwamm. What the fuck? Hat er noch irgendwo draufgedrückt? Okay, ich brauch nur noch Ton und Schwamm. Boah, jetzt müssen wir überlegen. Ich glaube, das ist es. Nein! Scheiße! Verfickte Scheiße! Da hat er geraten. Nein! Nein! Jetzt habe ich es so gut gemacht für euch. Vielleicht hast du Peter schon den Gedanken kaputt gemacht. Ich bin froh, dass sich Bram nicht auch selber gekillt hat. Tut er noch? Tut er noch? Tut er? Ja, ist gut. Nein! Also, wieso sag ich überhaupt irgendwann? Wieso sag ich überhaupt irgendwann? Peter, du jinxest es immer Minuten 45. Da war der Berg. Scheiße. Die andere Richtung, der dreht mir alles okay. Oh Mann, ey. Ja, aber sicher bin ich mir nicht. Ich würde mir noch einen schwierigeren Schwierigkeitsmord, glaube ich, wünschen. Ich habe mich irgendwann so übermächtig gefühlt, dass das mir zum Verhängnis wurde. Dann spielt man mit den Gegnern und wird gekillt. Ich würde mir eine Karte wünschen, damit ich weiß, was stimmt. Ich bin immer noch am Suchen, während ihr gerade am Reden seid. Ich bin immer noch, ich bin nie gestorben. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann kriege ich immer noch im Kreis heute. Also keine Ahnung, ich finde diesen Weg einfach nicht. Weil der vom Spiel so besiegt wurde, dass er einfach den Weg nicht mehr findet. Ey, ich gebe auf. Also ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Nimm die Gaben an. Jawohl. Was für eine Gaben? Die Gaben. Wieso? Find's nicht? Einer der Menschen lebt ja vom Brot allein. Gib uns Frieden. Ach, was stimmt denn nicht? Das ist Kirche, Junge. Ne. Doch. Das ist Kirche? Das ist ganz normal das Kirchenlied gewesen. Ja, katholische Kirche. Sepp ist ja Heide. Ne, ich bin auch katholisch, das habe ich noch nie gehört. Oder ne, ich bin mittlerweile nicht mehr katholisch. Ne, mittlerweile spricht das auch nicht mehr. Das ist alles Sekt. Ich ParsEN hat dich ja zu müssen.